Wir befinden uns hier vor dem Wolf Energiedach. Eine Kombination aus Photovoltaik, Solarthermie und Dummy-Modulen. Es ist uns hier gelungen, eine homogene, ästhetische Anmutung des Daches zu erreichen, sowohl im Bereich des Neubaus als auch natürlich im Bereich der Sanierung, so dass ich die zur Verfügung stehenden Dachflächen optimal mit den jeweiligen Modulen Photovoltaik als auch Solarthermie nutzen kann. Mit den Dummy-Modulen haben wir die Möglichkeit, die Dachflächen komplett zu schließen. Diese bestehen aus einem speziellen Material, welches sehr leicht zu verarbeiten und zu schneiden ist.